Ich habe seit zwei Jahren meinen Führerschein und in diesen ganzen zwei Jahren bin ich einfach noch nie richtig Auto gefahren. Ich habe mich noch nie getraut, eine längere Strecke Autobahn ein paar Stunden am Stück ganz alleine zu fahren und das wird sich heute ändern. Und ich würde euch ganz kurz daran erinnern, ich habe ein parkendes Auto angefahren, deswegen... Wahrscheinlichkeit, dass wir heute einen Unfall bauen, ist halt gar nicht so gering. Wir haben nur drei Stunden Fahrt für uns und ich nehme euch mit. Ich habe auch eine ganze Tasche voll mit Snacks mitgenommen, die zeigen wir euch da. Um mich jetzt auch einfach abzulenken, höre ich meinen eigenen Podcast an. Wenn es eine Sache gibt, die ich von Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, manchmal gesagt bekomme, ich empfehle ihn, du bist echt stressig, weil du genau weißt, was du willst. Ich bin so am schwitzen, wenn ihr gerade meine Arme sehen könntet, aber ich habe die Hälfte geschafft. Ich zeige euch mal die ganzen Snacks, die ich dabei habe. Drei verschiedene Packungen Nüsse, Reiswaffeln, gelegte Reiswaffeln und ein bisschen Gurkka. Jetzt das Allerbeste. Ich habe mir meinen Joghurt gemeinsam mit Obst und Müsli mitgenommen, weil ich das ja jeden Morgen esse. Jetzt kann ich das hier auch einfach to-go essen. Sieht gleich eins zu eins aus, wie in so einem fancy Restaurant. Oh Gott, ja. Ich liebe mich so dafür, dass ich das mitgenommen habe. Ich liebe mich so dafür, dass ich das mitgenommen habe.